So, da sind wir wieder bei The Walking Dead. In der letzten Folge haben wir einen Code gefunden. Bei dem Arzt. Ich glaube, dass du gesagt hast, dass ich nicht eine Chance habe. Well, eigentlich, du kannst. Du kannst die Pregnanzierung oder wegfassen. Natürlich, das wäre eine Death Sentenz für dich und dein Kind. Vielleicht ist das besser. Ich habe alle Nacht gehalten, um das zu tun, um das zu leben. Warum versuchen wir überhaupt zu leben, um das zu leben, um das zu leben, um das zu leben, um das zu tun, um das uns zu tun. Ich mache nicht die Regeln, Anna. Doctor, ich sage dir, bitte, hilf mir. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sein können, kann man wieder versuchen. Aber für heute, wir müssen das machen. Nein! Nein! Ich glaube, wir wissen, was zu Crawford passiert. Mehr wichtig, wir haben die Kombination. Krista, bist du okay? Was ist falsch? Es ist nichts. Das war einfach schwer zu sehen. Keine Angst über mich. Ich bin gut. All right. Lass uns die Mids und weg die Hölle aus. Wir sind in Bezug. Antibiotika, Morphine. Wir nehmen so viel davon, wie wir können. Okay, ich glaube, wir sind gut. Das ist mehr als genug für eure Leute und meine. Let's go. Du gehst weiter. Ich will sicher, dass wir nichts haben. Ich bin gerade hinter dir. Nicht zu lange. So, ich schätze mal. Vernon und Krista haben bereits alles, was wir brauchen. Wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben alles. Entfernt. Die Tape muss hier irgendwo sein. Ich schätze, wir haben alles. Ich schätze, wir haben alles. Okay. Können wir jetzt damit auch irgendwas anfangen hier? Das muss er sein Glück haben. Hä? Wie? 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 Hä? Das war doch eben noch verschlossen. Magic. Okay. Okay. Wir gucken es uns an. Ich frage nicht. Nein, ich frage nicht. Ist schon gut. Alles okay. So. Oberson had someone down here yesterday taking inventory. He's really cracking down. I just can't risk it. We had a deal. Yes, we had a deal. We don't anymore. My sister needs this medicine. Without it, she'll die or she'll start showing symptoms and they'll take her away. I can't let that happen. I'm sorry, Molly. I've done all I can, but I have to look out for myself here. Yeah, that's the Crawford way, isn't it? Well, shit. Tja, ich glaube, wir haben jemanden zu befragen. Hmm. Hmm. Jesus Christ! Oh, you scared the shit out of me. Where the fuck have you been? Sightseeing. I'll take that battery now. Oh, yeah. Uh, about that. I'm just kidding. Here you go. What's that? Nothing. You can quit with the act, Molly. I know you're from Crawford. What? Who told you that? I saw you on a security tape. Why'd you lie to me? I said there were stories about Crawford. I never said that's how I knew about it. I never lied to you, and even if I did, so what? I don't owe you anything. You saved my life twice, but you can't tell me the truth? Are we really gonna do this now? I guess that's up to you. I used to live here with my sister. She was 14 years old. When the dead started walking and Crawford shut itself in, it seemed like a pretty good deal at first. We were safe. We had everything we needed to survive. Then the rules started coming down. No one who couldn't justify their place, earn their keep. No one who required special care. My sister was diabetic, and by Crawford's rules, that made her a liability. I kept it a secret. Kept her safe for as long as I could. But in the end, I couldn't protect her. That's when I got out. Crawford, Crawford, they always talked about how their system worked. How anything was better than becoming one of them. But I saw what they'd already become. I just wish I could have seen it before it was too late. Before they came and took my sister away. This is all I have left of her. I didn't have time to take it before I got out of Crawford. I just wanted it, okay? It's okay, Bonnie. I understand. She's pretty. What the hell? I think that's our cue to get the hell out of here. Oh, Jesus! Ben! Sorry, sorry. I just got spooked by those bells, and then I heard someone coming. What the fuck are you doing out here? Kenny and I still can't get the door open to the armory. He sent me out to look for something we can use to bust it open. I found this. Oh. Oh. I just found it. It was stuck in the door handle. Oh. Oh. Oh no. Shit! Shit! Oh. 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 Das war nicht ich. Ich bin gut, Junge. Vielen Dank. Danke. Was ist passiert? Sie kommen. Oh, verdammt. Das muss sie halten. Herr, aber jetzt, wie können wir rausgehen? Durch die Armourie. Wir können nur diese verdammte Tür öffnen. Komm schon, verdammt du! Das ist mein Falt, all mein Falt. Was ist die Babbling? Ben, wir haben darüber gesprochen. Nein, Moment. Ich will wissen, was er bedeutet. Was bedeutet, das ist alles deine Falt? Kenny, ich bin so sorry. Ich bin so sorry, Mann. Kid, das ist nicht die beste Zeit. Whatever du gemacht hast, save es für später. Ben, wir haben keine Zeit für das jetzt. Ich bin sorry, Lee. Ich kann das nicht mehr machen. Er hat ein Recht zu wissen. Nein. Nein, was? Es hat mich immer noch einmal gemacht. Es hat uns alle in Gefahr. Katja und Duck. Es war alles ich. Es war alles ich. Es war alles ich. Warte mal. Was hast du gesagt? Es war ich, die mit den Banditern an den Motor Enden zu machen. Ich dachte, vielleicht kann ich sie aus unserer Beine. Als es wurde herausgefunden, das war es dann, wenn sie attackten. Und das war es dann, Duck... ... ... ... ... ... ... ... Du bist ein Pischant, du bist tot, hörst du mich? Dad, meine Frau und Kind, du hast ein Boot fucking getötet! Kenny, ich sagte, calm die fuck down! Nice group, du hast hier. Nicht die Zeit, Molly. Wenn dieser Scheiße denkt, dass er auf meine Boot, nach dem, was er gemacht hat, ist er aus seiner Mutter-Fuckin-Mind! Du kennst, dass Ben nicht mehr schrecklich ist, er nur versucht zu helfen. Und ich soll, dass er ein Krap über seine gute Intentionen ist? Das Boot ist nicht groß genug für uns, jemanden muss sich hinterlassen. Vielleicht wäre es dieses Schiff hier! Ich wähle, wir lassen ihn. Entschuldigung, Ben, ich weiß, du hast gut gesagt, aber all ich will, ist zurück zu Omid, und du hast das zu risk. Wait, ich nicht eine Vögel? Natürlich. Ben ist nett, er ist mein Freund. Wir lassen nicht Freunde, das ist mein Vögel. Auf der zweiten Idee, ich glaube, ich werde abschneiden. Lee? Ich kann nicht das jetzt machen. Ich abschneiden. Wir werden das später herausfinden. Was ist das für die resten von uns? Wir werden nicht ein paar Sekunden? Und am Ende geht alles in die Brüche. Was, was left of it? A few rounds, that's it! You didn't close that door behind us? I couldn't, the lock was busted. Great, just fucking great. Come on, there's gotta be a way out down here! Das wird nicht behalten. Back upstairs! Lee, schau! Nicht gut. Wie viele kommen denn da noch? Los! 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 Los!